In uns stehen die Toten auf, Markus, aus früheren Leben, die nichts tun konnten, die uns im Stich gelassen haben, weil sie nicht in der Liebe wandelten, werden nun durch die Kraft der Liebe zum Leben erweckt und ihre Kräfte und Erfahrungen werden uns zugänglich, damit wir das Leben wie das Kind leben dürfen, ohne dass uns jemand diktiert, aber aus der Quelle des Lebens schöpfen dürfen, deren die zum Leben gekommen sind. Das ist das, was jetzt passiert in der ganzen Welt, auf der ganzen Welt, in allen Herzen der Menschen. Der Geist Gottes wird ausgegossen und gelangt in die tiefsten Stellen, in die Gräber und die Toten stehen auf, bei uns in den Herzen. Und die, die zur Herrlichkeit aufstehen, fangen an zu leben in der Freiheit. Und die, die in der Liebe sind, jetzt hier in der Liebe Gottes verwurzelt sind, die erhalten es wie im Schlaf, werden durchgetragen und durchgeführt, versorgt und von Gott bewahrt. Von Gott der Liebe sind Menschen aus allen Religionen, aus allen Völkern, eine Schar von Gläubigen an die Liebe und praktischen Liebestätern, die die Welt verändert haben. Durch ihre Gebete, durch ihre Nächstenliebe, durch ihren Glauben, durch die Hoffnungen, die sie hatten und durch das heilige Wandeln, den Weg der Liebe. Nur die Liebe zählt. Und das ist das, was die Welt vereint. Die Liebe, die eine Liebe, die göttliche Liebe, vereint uns alle. Verstehst du, Bruder? Und das ist jetzt, was passiert. Jeder erlebt es auf seine Art und Weise. Aber wir sind miteinander verbunden und sind miteinander eine Einheit geworden. Alle. Ob wir das fühlen oder nicht, ob wir das wahrnehmen oder nicht, viele sind noch viel zu beschäftigt. Man sagt dazu, sie schlafen noch. Sie sind nicht tot. Sie sind nur eingeschlafen und wachen auf, sobald die Sonne aufgeht, das Licht der Wahrheit sie aufwärmt. Und wie die Pflanzen im Frühjahr wachen die Menschen auf und fangen an, ihre Früchte zu geben, ihre Früchte zu bringen. Jeder, die er hat. Nach der Qualität und nach dem Leben, das er gelebt hat. Das sind die Zeiten, die wir jetzt erleben, mein Bruder. Deshalb dürfen wir stolz und glücklich sein, dass wir die Liebe in uns tragen und die Liebe bereit sind, auch an andere weiterzugeben. Das ist richtig, St. Patrick. Vielen Dank. Vielen Dank.